und willkommen zurück zu es essen screed brotherhood die wir jetzt hier schön wieder nicht entdeckt werden dürfen natürlich sind jetzt hier wieder überall wachen warte hier als hätte ich eine wahl wie soll man das denn schaffen chill hart wir starten einfach die sequenz neu ist ja nicht so als ja fast gar nichts passiert na sie wäre es jetzt wenn ich wieder von ganz vorne anfangen soll aber ich glaube dafür deswegen sind auch mehrere quests in der burg damit genau das nicht passiert so ist jetzt nicht mal hier ab als hätte ich eine wahl wenn der hier hoch geht dann klatschen noch eine leiche ist noch war haltet die augen offen gibt es augenzeugen was Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich notflos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? So, so. Du hast mich ja so hintergangen. Du musst nichts erklären. Was für Hölle. Wieso gammeln die hier denn? Das gibt's doch nicht. Ach komm, starten wir einfach neu. So viel ist ja noch nicht passiert. Jetzt wissen wir aber, wo sie alle rumgammeln. Gut zu wissen. Sind ja auch erst bei drei Minuten. Da ist ja nichts schlimm. Das ist jetzt aber auf jeden Fall dein letzter Neustart. Warte hier. Als hätte ich eine Wahl. Nö, jetzt warten wir einfach, bis er dann wieder weggeht und dann, ja, dann, ja, die Kugel in seine Brust ballern. Wir haben immer versucht, hier langzulaufen. Ich hab den immer noch vor Schiss. Euer Leben retten. Was sonst? Komm mit. Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? E la politica. Natürlich. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. Kommt, Ezio. Hier lang. Gleich müssten da Wachen auftauchen. Genau. Scheiße. So, ich warte jetzt einfach bis die nächste Wache kommt und dann müsste ich es geschafft haben. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen. Weil man sieht hier auch schlecht um die Ecke. Loll. Alter. Da hatte ich jetzt aber echt Glück. Katharina, haben Sie Hacesare? Nein. Mein Name muss immer noch etwas bedeuten. Ich blieb verschont. Erstmal ein bisschen Ausraum. Ich brauche ja wieder ein paar Bolzen. Das verstehe ich ja auch mit dem Beutel. Wir brauchen auf jeden Fall einen. Zehn sind doch etwas wenig. Das habe ich gemeint damit, dass wir fliehen. Ja, schau du mal. Tu so etwas nie wieder. Wieso? Ernsthaft. Das wäre jetzt scheiße. Arschloch, ey. Das ist auch kacke. Na ja, komm. War es wohl mit der 100%. Es wird von dort drüben geöffnet. Sei, Bur... Lasst ihn nicht entkommen. Natürlich muss man zwei Türchen öffnen. Ich bin nicht entkommen. stellt sich an der so einen weicher naja ich hätte es so gut wie geschafft Alter kurz vorm Ziel muss so eine behinderte Wache einen auf oh ich seh dich Spass ho 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 da wurde die eine Wache auf der Treppe da hatte ich jetzt natürlich keinen Bock mehr als nochmal zu dafür steht er sogar noch ich sehe da nur so einen Schatten und die da hinten, die hätte ich dann auch nochmal umgenockt naja, aber dafür sind die anderen beiden bei 100% ist ja auch was also hier, die ist schon sexy noch eine, alter schütt mal hart wieder von Flo Folly? Folly? Okay Katharina, bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zum Pferd eskortieren eine Antatserie auf mindestens 5 Wachen schaffen ja, kommt drauf an, ob auch 5 Wachen mir entgegenkommen dann könnte ich das auch schaffen Hä? Wie verbindet er verloren? Hä? Wie verbindet er verloren? wieso dein Verbündete verloren? ich sehe etwa in eine andere Richtung Nee, kennt er doch gar nicht Ach boah, sie ist in die andere Richtung Reite zur Isola Tiberina Dort findest du Machiavelli Er wartet auf mich Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken Komm gesund zurück Sonst werde ich mir nie verzeihen Geh! Du wirst nicht entwischen! Hä? Wie? Wieso? 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 Ich verstehe das nicht Achso, ich muss im Zielgebiet bleiben Ich muss erstmal warten, bis hier die ganzen Wachen kommen Sooo Alter Alter Komm schon Auf die Lücke ziehen Gibt's auch nicht Alter Was war das? Schnell! Zurück zum Castello! Oh! Pass die Gäste! Hey! Andro! Oh! Ach, kein Bock mehr Die Gäste! Los! 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 Boah! Dö eh! Ich vermute den den Dö eh! Ich vermute den du zu zum den und den Oh Mann, ich muss hier. Jetzt! Hoppala. Äh... Können wir es eben so machen. Auch nicht. Alter, was ist denn jetzt los? Ich kann diesen scheiß schnellen Typen nicht blocken. Ich kann meinen Scheiß nicht blocken. Ich kann meinen Scheiß nicht blocken. Ja, ich muss hier nicht blocken machen. Oh Mann, das war es. Hä? Oh Mann. Irgendwer ist da jetzt kaputt. Hä, ich kann nicht. Ich kann nicht kontern. Was ist denn da jetzt los? Hä, ich verstehe das nicht. Hoppala. Ach, das hätte immer noch gezählt. Aber das war einfach unmöglich. Das ging einfach nicht. Ihr habt es auch gesehen. Naja, ich beende erstmal meine Folge. Schau mal, ob wir irgendwas Neues dazu bekommen haben. Und bis dahin. Tschüss.